Aber du musst vom Tisch zur Toilette und dann hast du es geschafft. Tisch, Toilette, Tisch. Aha. Und wer hat die Getränke geholt? Takti-Bett. Wir schlafen direkt neben uns. Takti-Bett. Takti-Bett. Kameras abgeholt. Ja? Mir hat Lampen selbst wieder ausgetreten. Ja. Komplett. Aber wieso Lampen austreten? Er ist dann nach Hause gegangen, da waren schon alle gut aus. Warst du da nicht gestern auch einen Klug an? Ja, bei Marci am Tisch kurz. Eine Stunde. Stunde bist du da gewesen? Nee. Ich muss erst mal zu A und K. Ich brauche einen neuen Körper. Völlig gar, der Apparat. Oh, geil. Nichts. Udo, die wollen anpfeifen. Ja, ich habe mit Sascha geredet. Er wartet. Und ich hatte zu ihnen gesagt, wir warten, bis ich hier rüber gehe. Weil er zu weit geht, drum zuzulaufen. So, ich möchte einen Voller. So. So. Danke. So, bleibt zu. Für jeden, was drin. Oh, besser war. Boah, Leute. Das ist alles drin. Eben. Eben, los, los. Hey, Jungs! Bevor du dich veranmachst, kannst du einmal für dich die Sense machen. Einmal auf Mark. Was hat er gemacht? Kennst du was nicht? Das kann ja noch besser. Die scheiß langen Bälle, da kommen unsere nicht mehr klar. Das ist innerhalb von zwei Minuten das zweite Mal, wo er aufs Tor steht. Dann müssen wir einen Schritt mal dahinter stehen, nicht direkt am Mann. Ey, Pascal, Pascal! Ich habe nur gesagt, ich drehe gleich am Rand. Timo, wollt ihr schreien? Nein! Doch, töd ich! Nein! Ich habe gesagt, ich drehe nicht vor dem Rand. Nein, wieder einmal! Haben wir doch heute noch gehört. Warte, 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 warte! Kann man nicht mehr, ich habe gerade jetzt feuchte Bein gedrückt. Und gelb, äh, schwarz wird. Wirklich schneller. Ich geh auch nicht vor den Bullen in den Maus, mein Lieber, da darf ich da warten sehen. Was? Ich muss Städtebühne jetzt machen, weil du dir direkt vorstehst. Warum bist du schon wieder sauer? Ja, weil du immer nur im Weg stehst. Entschuldigung. Nee, das ist nicht mehr zu entschuldigen. Das kann sein, dass du 20 Euro mehr bezahlt hast, dass du da vorne stehen darfst. Hey, Udo, stell dich doch gleich oben auf die Bühne drauf. Ja, mach ich auch gleich. John圍. Hier ist gleich oben auf deine Federn. Mann. Mann, Mann! Derział ist auf 25 Euro. Hey, hey! Mann noch nicht спeu. Mann noch nicht! Mann noch nicht, oder? Mann noch nicht. Mann. Mann noch nicht! Mann! Mann, Mann! Mann noch nicht! Mann! Mann, Mann! Wir kommen raus! Raus, Alter, raus! Was will ich jetzt hier? Ich hab die Kamerate später angebracht, er hat mir das erklärt, das Gegentor. Ich hab auch nicht gesehen. Er wollte den Torwart zurück anspielen. Und der Torwart ist unter dem Ball durchgesprungen und hat den Ball hinterher geguckt und er ist durchgegangen. Von der Mittellinie. Klär mal das Gegentor, was da jetzt passiert ist. Der Torwart stand ja, wie geht's? Und langer Ball, Rückpass, drüber den Torwart weg und reingerollt. Von da. Mindestens 60, 70 Meter. Hochbahn! Jawoll! Jawoll! Das ist echt nicht klar, ich kann es nicht. Mehr von 0. Ja, 3-1. Echt? Ja, dann muss auch der Seite auch eingehen. Jawoll! So, Marc, es ist immer Zeit für den Trimmer. Wir haben auch den Trimmer. Bernie! Ich hab gesagt, er schießt voll hart und hoch. Wenn das Geld runter geht. Hat er so Geld? Ja, ne? Ähm. Mit Dennis Droschers haben die Jürgen und ich abgemacht. Wir lassen ihn jetzt erstmal warm laufen, dass er sogar nicht eingewechselt wird. Ein zu ein. Mit導 Darauf hat er 큰 Bean gekriegt, broken인 Moors! Ja, cool! Ja, warte, der� bein muss er noch… Der Bein? Der Bein. Mit dem Moors Knopf. Der B olod und der Bein. Wie mehr für 2-0. Hier geht keiner hin. Und zurück hinterm Ball, alle! Ich hab das jetzt wieder nicht auf Kamera. Wieder ein Eigentor. Ja, mach ja. Was hat er gemacht? Zwischenstand 1-3. Und zwei Eigentore, die du sonst alle 100 Jahre wirst. Das siehst du nicht. Was sagst du zu dem legendären Eigentor? Leider nicht gefilmt, aber was sagst du dazu? Torwartfehler oder Abwehrspieler? Abwehr. Die reden nicht miteinander. Torwart kommt raus, ohne was zu sagen. Und Meier geht da hin mit dem Kopf. Das ist das, was wir immer sagen. Reden, 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 reden. So wie wir beide immer miteinander sagen. Willst du noch mehr Wesen oder was? Komm mal. Komm wieder rein. Schöner Bach, danke. Schöner Bach, danke. Schöner Bach, danke. Sauber, Kostja. Zeug, Zeug. Ja, ja. Hintermahn, hintermahn. Spill, spill. Die Sauber, Kostja. Vor. Sieben. Torwart. Schöner Bach, Kostja. Schöner Bach, Sperr, Kostja. Schöner Bach, Sperr, Kostja. Jetzt hat der Platz an. Jan wieder, Jan wieder. Schöner Bach. Schöner Bach, Sperr. Jan ist deiner. Jetzt hast du es. Ja, ja. 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 Dennis, denk dran eben, die Amazon-Doku. Noch ne kurze Frage, ist der Triko dein FIFA-Pace oder dein Geburtsjahr? Ne, das ist das Geburtsjahr leider. Dennis. Ich bin ja noch gar nicht auf dem Platz, da brauchen wir direkt zurück. Alles schon. Apfel. Apfel. Mach die Kamera auf. Tschüss. 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 Ruhe. Was sagst du jetzt zur Einwechslung von Dennis? Ja, jetzt wollen wir das Mittelfeld ein bisschen stabilisieren. Tunica. Ja. Er arbeitet hier mehr nach hinten hin. Will ich hoffen. Vier und neun für drei, drei. Psssssssssss. Psssss ! Psts. 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 Pst. Psts. 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 Pstf. Psts. Riech! Runder! Ruhig! Deiner! Komm Jungs, macht der Druck! Rass durch dich gucken! Er hat so niederfallen. Jaja, du warst am Zittern, er ging ja aufs Tor zu. Damit die Zuschauer Bescheid wissen, warum? Du hast das Wetter laufen mit ihm. Wenn er... Dann musst du... Ich glaube, dann kriegst du Osborn, ne? Nee, Jahresvorrat Ex-Chor. Oh, ho, ho! Ui, ei, ei! Ist das Dennis? Schockt tot! Hier im Aufräumen, alles schön mitnehmen. Das ist nämlich so, Udo, ne? Ja, das gehört sich. Dann wollen wir auch bei uns und das machen wir auch gut. Wir haben eine Wurst gegessen und haben seinen Pappen dahingeschmissen. Weggeziehen, oder was? Nee. Nee, Tom, ne? Ich hab meine weggeschmissen. Ja, du hast eine weggeschmissen, richtig. In den Mülleimer. Nee, ich bin nicht schon wieder hier der Blöde. Ihr müsst mehr miteinander reden, wenn du da hingehst. Ja, ob... Torwart hat in 16 ja was sagen, oder nicht? Ja. Ja, wenn der Torwart sagt, ich bin dabei, dann muss er dahin, ne? Aber... Das war ein schönes Spiel, 3-1 gewonnen. War verdient, meine ich. Wir hatten aber richtig Schwierigkeiten mit den langen Bällen. Das muss man jetzt sagen. Das müssen wir noch irgendwie abstellen. Aber sonst bin ich hoch zufrieden. Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. So. Mir hat's gefallen. Ja.